Die Stadt in der Kibitzklasse bis 66 Köln-Rambe stehen sich gegenüber Martin Sohler von der Wettkampfgemeinschaft Brandberg-Auchernertau gegen Arthur Wiewy vom ASV Neumarkt. Ja, unser Martin Zola, den haben wir vorhin schon mal kämpfen sehen, hat jetzt den zweiten Kampf. Gekämpft wird diesmal im griechisch-römischen Stil. Ja, die erste Runde geht mit einer Fünferwertung gleich an unseren Arthur Wiebe. So, beide Ringe zur Mitte. Rapp! Rapp! Ja! 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 Ja, das ist da. Sie sind die beiden. Ja! Ja, das ist das. Das war's. Das war's. Was war's. Was war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020